Und da ist auch schon wieder die nächste Spickzacke im Arsch, aber wir haben ja vorgesorgt. So. So. Gut. Gerade nochmal Licht machen. Ähm, wie mach ich denn das hier am besten? Einfach mal ausheben, hab ich mir jetzt gedacht. Wo muss denn... Ne, hier müssen wir runter. Und hier müssen wir sogar zwei runter. Hier sogar noch Kohle. So, dann reißen wir das hier gerade mal ab. So, so, so. Und so. Okay. Dann können wir ja auch dann gerade nochmal abgeben gehen. Ich suche gerade mal nach einem neuen Lead. Vielleicht finden wir ja eins. Wird der wohl irgendwann sein. Ja, okay, hier ist Zelda. Für die, die Zelda wollten. Hier habt ihr eins. Okay, dann geht's hier gleich weiter. Hm. Ich glaube, wir machen das doch nochmal andersher. Und zwar... Folgendes. Wir machen das so. Stellen hier vielleicht einen Cobblestone hin. Und so, und so, und so, und so. Und hier nach unten mit Leitern. Da kommen wir ja auf jeden Fall wesentlich schneller runter. Aber da muss ich auch jetzt erstmal Leitern machen. Haben wir eigentlich noch Holz? Nein. So. Die... Kohle. Wie, das war's schon? Nein. So. Dreck. Ein bisschen wenig Stein haben wir hier gerade gehabt im Momentar. So. Äh, falsch. Hier. Gut, dann schaue ich gerade mal. Haben wir Tag? Ja, aber es wird gerade Nacht. Dann mal schnell beeilen. Wie, das war's schon. Haben wir nicht noch eins? Müssten wir... Ja, okay. Ist auch ein neues. Lassen wir's einfach mal laufen. So. Hier ist der wunderschöne Sonnenuntergang. Ist eigentlich das erste Mal, ähm... wo wir ihn betrachten. In dieser Let's Play-Reihe. So. Ich denke noch ein Baum, dann... ...reicht das. So. Ich hoffe, uns überraschen jetzt keine Monster. Auch wenn's nur hier ist, okay. Ist alles sicher. Ach, was mach ich denn? So. 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 Fast vergessen. Muss ja alles zugemacht werden. Gut. Hier haben wir Holz. So. Und jetzt machen wir uns schnell Leitern. Irgendwie funktioniert das nicht mehr mit dem Rechtsklick. Dass das alles auf einmal im Inventar ist. Ihr könnt mir ja da nochmal helfen. Ich weiß nicht, was ich gerade falsch mach. Also, wäre echt nett, wenn ihr mir da helfen könnt. Weil das macht die Arbeit echt ein bisschen leichter. So. Dann hier noch. Da noch. Und so. Treppen brauchen wir auch noch, glaube ich. Für das hier. Ja, brauchen wir. So. So. Und so. Äh. Ja, hier fehlen noch welche. Aber gut, lassen wir das erstmal. Jetzt graben wir uns einfach mal nach unten. Wo sind jetzt unsere Schaufel? Da. Haben wir noch eine? Ja. Okay. Schaufel. Komm jetzt her. Blödes Krollrad. So. Ich weiß, dass ihr jetzt nichts seht. Aber das wird sich gleich ändern. Aber ich kann ja auch schlecht Fackeln machen, weil ich ja eh wegreisen muss. Also von dem her. Ich grabe mich jetzt nur ein Stück runter. So. Ich denke, das langt dann auch schon. Dann mache ich hier gerade mal eine Fackel hin. So. Okay, das ist dann doch ziemlich tief schon. Ach, Leitern. Muss ich jetzt auch noch eine neue Maus holen, oder was? So. Gut. Das wär's. Jetzt geht's hier weiter. Ähm, einfach nochmal mit Treppen am besten. Äh. Oder so. Das ist natürlich noch geiler. Jetzt ist einfach mal so ein Dungeon zu finden. Das ist jetzt. Das war natürlich alles geplant. Äh. Ja. Wie ich schon im Kanal geschrieben hab. Was denn alles passiert, wenn die Kamera läuft. Findet man einfach mal so Dungeons und so. Oder Creeper fallen. Cool, hier ist Gold. Creeper fallen durch. Einfeldbreite Löcher. Das ist schon alles passiert hier. Muss echt sagen, wir haben schon ziemlich viel erlebt. Ich grab lieber nicht unter mir. Ich weiß nicht. Dann mal hier. Ich gebe dir das 기abling. Ich gebe dir das Ganzeegal. Dann mal hiernik. Das ist ein Dat ISO安全.